hallo ihr lieben heute machen wir marmorierfarbe ich glaube die meisten müssten das wahrscheinlich kennen aus dem kindergarten oder so da wurde es ja auch sehr gerne gemacht ich habe mir die von marabou geholt die farben ich bin ja mit marabou so ein bisschen auf kriegsfuß seitdem ich was ausprobiert habe was so mal so gar nicht funktioniert hatte ich weiß nicht was ich marabou da gedacht hat ich weiß noch nicht ob ich das video jemals hochlade aber weil da gibt es kein schönergebnis also es gibt es einfach nicht und dementsprechend weiß ich nicht ob das sinn macht wollt ihr es trotzdem sehen dann dürft ihr das gerne mal in die kommentare reinschreiben ob ihr da so ein video mit kompletten fehl haben wollt einfach mal zum gucken oder ob es lieber doch nicht hochgeladen werden sollte ich habe sechs farben von dem set also ich habe mich für ein set entschieden gehabt einfach falls das meistens viel viel leichter macht dann habe ich mir so eine schüssel ist es nicht aber ich glaube die kisten kennt jeder von dem schwedischen möbelhaus und ihr müsst wissen ich habe es nicht mehr sauber bekommen die die kiste und dementsprechend nehmt eine kiste die ihr irgendwie wieder sauber kriegen nicht besser oder andersrum nicht mehr sauber kriegen müsst für mich war das jetzt auch okay ich nehme die kiste halt einfach zum basteln also ich bin da relativ entspannt jetzt gewesen und habe mir für das projekt überlegt ich wollte gerne eine schachtel machen aus diesen marmorierfarben und ich habe eine leinwand gemacht beide ergebnisse so selbstverständlich wie immer auch bekommt ihr dann auch zum schluss zu sehen ich habe handschuhe an weil das glaube ich sinn macht ja meine handschuhe waren auch dreckig ich habe sie dann auch weggeschmissen und beziehungsweise ich habe sie noch mal zum epoxidharz nachdem sie getrocknet sind noch mal genutzt und also dadurch ja ist immer geschmackssache ich fand auch nicht ganz so leicht wie es gerne wollte weil das ganze ist nicht ganz so schön zerflossen wie es zum beispiel von früher her kenne dadurch weiß ich nicht ob ich jetzt so direkt die farben empfehlen würde selbst mit leichten ich nenne es jetzt mal durchrühren oder verteilen haben war es jetzt nicht das ergebnis was ich mir gewünscht habe und vielleicht muss ich noch mal probieren ich muss mal schauen ich habe ja noch ein paar kleine leinwände vielleicht weil die leinwand selbst ist eigentlich ganz schön geworden die kiste ist okay aber jetzt nicht unbedingt mein favorit aber gerne dürft ihr dazu auch was sagen ob ihr die kiste oder die leinwand schöner findet ja ich habe auf jeden fall von jeder farbe einfach so ein bisschen verteilt wie gesagt es hat sich nicht so schön verteilt jetzt komplett im wasser ich kenne das eigentlich so dass sich das so schön verteilt aber wie gesagt vielleicht habe ich mich einfach auch ein bisschen doof angestellt und aber wie gesagt so sehen dann meine ergebnisse aus letztendlich dann und wie gesagt der eine mag es lieber so der andere so und genau also ich habe es wirklich verteilt so gut wie möglich und ja auf jeden fall hat es trotzdem spaß gemacht also nicht falsch verstehen ich fand es irgendwie man fühlt sich wie in die kindheit zurückversetzt während ich jetzt tropfe sage ich einfach mal dass ich mich unglaublich freue dass halt immer wieder neue abonnenten dazu kommen das ist einfach für mich nicht selbstverständlich ich freue mich immer sehr drüber und freue mich da auch wenn ich mich austoben und euch daran teilhaben lasse habe jetzt so ein paar sachen wie gesagt auch weiterhin in petto und wer da demnächst auch ein paar sachen noch drehen habe jetzt auch in sachen musikrichtung noch ein bisschen was wo ich überlege ich will so ein bisschen schauen dass ich euch einfach so ein bisschen mehr mitnehmen zu den bands zu denken locations wie unterschiedlich sind denn die bands was passiert bei den bands wie sind die halt eben auch verhaltenstechnisch verhaltenstechnik klingt dazu negativ wie geht jeder so mit seinen besuchern da um oder seinem zuschauer publikum und da gibt es totale unterschiede wird jetzt nicht glauben auch locations technisch ich habe ja zwei haupt locations aktuell wo ich halt unglaublich gerne auch hingehe und mich da auch immer sehr darüber freue wenn ich dort bin und aber auch da gibt es halt unterschiede und ich mag beide locations auf seine art und auch die bands sind für mich halt immer unglaublich wichtig manche sind netter freundlicher andere sind nicht so freundlich und wie gesagt da will ich mich gerade so ein bisschen bin ich gerade dabei das ganze so eine art konzept zu entwickeln was ich gerne machen möchte wie ich es machen möchte und dementsprechend ja hier seht ihr ich habe gerade den deckel von dieser schachtel und es ist auch ein bisschen nach drinnen gelaufen aber da wäre ich wahrscheinlich mit weiß noch mal drüber gehen oder irgendwie dann so ein seidenpapier rein machen weil es eigentlich als geschenkkarton nehmen will und ja war auf jeden fall nicht ganz so einfach wie es mir gewünscht habe aber ihr seht da ist auch noch farbe drin ich habe dann noch ein bisschen nach gibt die farbe reingemacht aber jetzt nicht ganz so viel und habe dann den unterteil der schachtel gemacht habe auch versucht immer noch mal so ein bisschen nach zu färben gerade wenn dann noch mal weiße stellen waren und ja ich liebe es auf jeden macht man fühlt sich in die kindergartenzeit zurückversetzt und ja hier habe ich ein paar sachen rausgeholt wo ich das gefühl hatte das macht sinn wenn ich sie raus hole das reicht auch ein normales c war dann so habe ich auch die schale hauptsächlich von dem von dieser farbe dann auch befreit also es macht sich relativ gut sauber aber wie gesagt bei mir ist es so ein bisschen an den rand herangekommen und da konnte ich dann irgendwie habe ich es nicht so schön sauber bekommen jetzt vielleicht versuche ich irgendwann noch mal dass ich es noch mal probiere zu reinigen aber wie gesagt ist jetzt dann eben auch so ich nutze die auch gerne als bastel schachtel und ja ja ich habe tatsache diesmal gar nicht so viel zu erzählen ist tatsächlich ein ganz kleines pflegeleichtes video eigentlich und ja ansonsten ich freue mich ja wenn die wärme jetzt vorbei ist ich mag die wärme nicht ganz so und lieb es halt sehr wenn es dann wieder ein bisschen kälter wird es muss nicht minus gerade sein dass nicht unbedingt aber so ein bisschen wenigstens und dadurch wäre das natürlich nicht schlecht und ansonsten ist halt unglaublich viel auf arbeit los ich bin dadurch alles so ein bisschen ich komme nicht ganz so gut zum basteln zum beispiel wie es gerne hätte und ja dementsprechend schauen wir einfach mal wie die nächsten videos ich habe noch ein paar in petto wo ich jetzt hochladen kann und ich hoffe dass ich einfach so ein bisschen zum basteln wiederkomme ich kann euch ja einfach noch mal so ein bisschen erzählen ich habe ja vieles schon versucht zu basteln und zu schauen wie es funktioniert ich plane ja zum beispiel auch schon die weihnachtszeit wo ich ein paar sachen schon in petto habe wo ich gerne das nach basteln möchte was ich zum beispiel überall mal so gesehen habe und ich bin jetzt nicht der weihnachtstyp ich glaube wer mich kennt der weiß weihnachten ist jetzt nicht meine lieblingszeit das ist aber auch okay jeder hat seine lieblingszeiten mir reichen einfach die alltäglichen zeiten ich brauche nicht eine weihnachtszeit wo ich auf friede freude eierkuchen mache und aber wie gesagt manchmal ich mag einfach auch die lichter die lichter brauche ich aber auch nicht zu weihnachten sondern eben man kann sich das auch einfach nur schön machen und das muss nicht so einen richtig typischen weihnachtstouch haben sondern es kann auch einfach einen winter touch haben oder einen herbst touch und dadurch das wird glaube ich ich glaube das gefällt euch weil ich stelle es mir glaube ich ganz gut vor ich hoffe ich bekomme das auch so umgesetzt wie gesagt arbeitstechnisch ganz ganz viel aktuell los ich hänge so ein bisschen mit meiner arbeit hinterher weil einfach ganz viel auf dem tisch lag und so viel zu tun ist und ja dementsprechend ist es dann nicht so einfach ich bin auch gerade manchmal gar nicht so gut drauf wo ich jetzt sagen würde mir gehen gerade ganz viel die menschen so ein bisschen auf die nerven weil das einfach gar nicht so leicht ist manchmal zu akzeptieren wie die menschen halt manchmal so ticken jeder für sich tickt sehr selber irgendwie so und manchmal ist es einfach nur anstrengend aktuell für mich wenn manchmal einfach ob jetzt auf arbeit unterwegs oder so die menschen so laut sind und ich dann einfach so reizempfänglich bin dass ich das gerade nicht haben möchte und ja also vielleicht kennt der ein oder andere das gerade so ein bisschen und ich werde mal sehen vielleicht mache ich beim nächsten einfach mal quatschen video da einfach ein bisschen ausführlicher zu dass das nicht ganz so leicht ist immer und ja hier habe ich übrigens gerade versucht so ein bisschen das auch drinnen zu färben das war jetzt nicht mehr nicht so schön jetzt aber wie gesagt war jetzt trotzdem in ordnung so und jetzt die leinwand habe ich mache ich jetzt einfach vom tempo her so ein bisschen schneller weil das prinzip glaube ich ist bekannt jetzt ungefähr wie man es macht das rein tröpfeln und dann das ganze durch dieses wasser ziehen ich weiß dass ich es bei manchen auch schon mal bei anderen youtube oder ähnlichen auch gesehen habe dass die das zum beispiel mit nagellack auch gemacht haben also auch da wäre so eine möglichkeit das ganze mal auszuprobieren da ich nicht der nagellack typ bin werde ich das nicht wirklich ausprobieren und das war einfach weil ich es schade finde wenn ich den nagellacken dann gar nicht wirklich nutze wenn wenn was übrig bleibt ich mag nagellack nicht und fairerweise meine meerschweinchen nehme ich auch nicht die finden meine nägel lackiert einfach richtig richtig doof und dementsprechend werde ich da ganz sicher nicht dann geld für nagellack ausgeben weiß wie gesagt ich habe selber nicht ich habe maximal ein zwei neutrale die ich mal nehme wenn ich irgendwie weiß ich nicht auf eine große feier gehe auf eine hochzeit oder so wo ich dann doch so ein bisschen drauf mache aber wirklich ganz wenig ist für mich jetzt einfach keine option ich bin ja auch nicht der große extreme schminker habe zwar meine basics so ein paar sachen aber eben halt mehr nicht und ja und hier tunke ich die leinwand ein ich habe ja auch diesmal ein bisschen weniger farbe genommen vielleicht ist es das zauberwort dass man es vielleicht doch weniger macht aber hier ist es auch viel viel mehr verlaufen als vorher die punkte und wie gesagt ich habe noch nicht rausgefunden woran es jetzt lag aber ja dementsprechend werdet ihr jetzt gleich noch die ergebnisse sehen ich hoffe euch hat's video gefallen ist diesmal wie gesagt so ein kleines erinnerungsvideo an die kinderzeit und dementsprechend hoffe ich einfach dass es euch trotzdem gefallen hat und ich wünsche euch einen wunderschönen sonntag und bis hoffentlich nächste woche